Das zweite Türlein meines musikalischen Adventskalenders kommt mit folgendem Lied. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind, kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus, geht auf allen Wegen mit uns ein und aus, ist auch mir zur Seite, still und unerkannt, dass es treu mich leite an der lieben Hand. Euch einen gesegneten Tag. Tschüss, bis morgen.